ist da noch was ja Brieftasche voll fuck fuck ehrlich Mist ähm ja dann wo müssen wir denn jetzt lang ja hier lang ja genau so da ist ein Relikt was oh scheiße da ist noch einer ich töte dich gleich verdammt verdammt oh nein da ist noch einer ne ja toll drecksack oah ekelhaft ähm ja jetzt würde ich mich gerne mal scheiße weg hier ja Hilfe das ist doch nicht fair ja äh ich bin gar nicht da wo bist du was ist denn das draufgänger scheiß werd ich ähm ja ja einmal drauf verdammt verdammt jetzt muss ich hier weg jetzt muss ich hier weg ach Mist verdammt nochmal wir sehen mich hier gell ja ah fuck ich bin tot was passiert denn jetzt eigentlich wenn ich tot bin ja das war schlecht das tut mir leid das war richtig mies aber was passiert jetzt wenn ich tot bin wo starte ich denn dann ah lange lange ladezeiten ah ich verstehe gut dann äh ich weiß jetzt nicht ob unsere ist unser ganzes equipment weg oder nö ich glaub nicht aber nichtsdestotrotz werd ich jetzt hier erstmal alter schweine töten damit ich nämlich mal wenigstens ein bisschen mehr Geld hab als Herr damit komm gib her jetzt pack den Mist ein und Feuer frei hab ich den getroffen nein das auch nicht Mist komm her ich hab ja noch mehr Schweine gesehen wo seid ihr da hinten alter Vater bisschen weit ist hier noch irgendwo was ähm nee aber ich hol mir das Schwein ja das ist ja ganz toll wir haben ja wirklich äh hier ganz viel Munition verdammt da ist noch eins wunderbar was passiert wenn ich jetzt zu dir komme haust du ab oder ja fuck ah komm her damit ah ups ach ja das war schlecht tut mir leid bräuchte mal die AK wo ist sie denn hingefallen hier ich mach sie ich mach jetzt uns gleich erstmal einen größeren Gap Beutel Moment ja das ist wirklich ekelhaft verdammt nochmal lass mich erstmal was machen so und zwar wir werden uns jetzt erstmal uns was herstellen nein das war falsch äh hier Herstellung und zwar eine Brieftasche eine größere komm erzähl dir mit eine Brieftasche ja kasua Leder okay naja gut super mehr kann ich nicht herstellen schade so Päckchen Kokain die alte Sau das gibt's ja gar nicht so ich denke mal wir haben jetzt hier erstmal ein bisschen genug rumgequestet definitiv rumgequestet ähm ich werde nochmal hier einen kurzen Blick auf die Minikarte werfen und zwar wir müssen was ist das hier aktuelles Ziel sicher weil inzwischen den Quests können wir nicht hin und her schalten gell ne können wir nicht gut dann ja ja ich möchte schnell reisen auf jeden Fall dann verkaufe ich nämlich unseren Krempel und danach geht's dann direkt weiter beziehungsweise ich gucke jetzt gleich ich verkaufe jetzt erstmal unseren Krempel und dann gucke ich mal wofür wir unser Geld ausgeben können ähm weil wie gesagt das wäre halt irgendwie ziemlich scheiße wenn wir dann allzinn vollen Geldbeutel haben und das Geld uns so durch die Lappen geht ähm ja dann ich verkaufe die schöne Muschel dann wo ist das keine Ahnung ein bisschen Kokain weg weg kaputter Teddy wäre süß oh ein Smartphone ein ramponiertes Smartphone aus dem letzten Jahrzehnt könnte aber noch ein paar Cent einbringen ein paar Cent 65 Dollar ist doch ganz okay Spinnfetisch die der jetzt geschnitzte Spinne bitte man ist ja cool hab ich hier auch sowas wie ne Art Kiste oder so wo ich das ganze Zeug lagern kann nö oder hab ich nicht na gut dann schade Hi So mal gucken was die Alte uns mal geben kann ähm Spezielles ja Universalwerkzeug ein Acetylen äh Sauerstoffschweißbrille in dem man alle Land- und Wasserfahrzeuge jetzt super den Bogen brauchen wir auf jeden Fall ja auf jeden Fall sehr gut äh Dreck wenn ich den jetzt nicht ja komm äh ja natürlich ja ist okay ähm wir haben jetzt einen Recurve-Bogen erhalten und zwar dieses Bögenboden von den Hannen Griechen Türken und den Sandmännchen und Dick Cefny benutzt Sandmännchen ist übrigens sehr cool wenn eine Zivilisation vom Pferd aus die Welt erobert hat hat sie sie vermutlich Recurve-Bogen dabei moderne Recurve-Bogen bestehen aus Fiberglas oder Carbon statt Holz und sind widerstandsfähiger und zuverlässiger okay geil geile Sache oh was war das denn ah hab ich unendlich viele Pfeile oder ein Affe also halten und Pfeil spannen rechts loslassen zielen ja wenn ich scheiße ich will doch die Kamera nicht auswählen na egal wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal zu diesem Quest Ziel den sollen wir sowieso erstmal nur mit einem Messer killen ich muss mal bei der Minikarte diesen Wegpunkt weg machen ich will keinen Wegpunkt haben weg damit so nein ich hab ach dreck ich hab nicht unendlich Pfeile scheiße das heißt wir müssen ey das ist doch ätzend das heißt wir müssen wirklich erstmal jagen ja erstmal jagen damit wir überhaupt hier was sammeln können oder was das ist ein bisschen doof ich hab nämlich keinen Bock erst zu jagen weil es ist blöd wenn wir hier einfach nichts vorher haben wenn ich jetzt runterfalle bin ich tot Hilfe eine goldene Pflanze die bräuchten wir wunderbar was gibt's denn da vorne gibt's da überhaupt etwas erreiche den gesucht tot ja ich weiß das ist unsere quest soll wir machen hier ist nichts ja dann komm blöden wir erstmal die kiste sonst gab's da nichts das ist ja doof ah wieder ein Spinnenfetisch und Kohle wie Sau super ähm es sieht schon sehr geil aus hier muss man schon sagen also unglaublich ich wüsste jetzt kennen welche quest das ist können wir auch eine quest auswählen übrigens gerade mal was testen erreiche den angegebenen ort ne wir können nur eine quest pro haben oder was super ah nein schon wieder hier wir können da gar nicht ja toll ähm wir müssen den erstmal ausspielen hier ist da einer ja da ist einer da ist auch einer oh nein wer darf uns nicht sehen wir müssen die von ja ja ich weiß gegner markieren ja dann gucken wir uns mal das tutorial an natürlich kamera zücken fokussieren zoom auf die gegner um sie zu identifizieren und ihre bewegung zu verfolgen ja und wofür müssen wir dann die bilder machen oder ist das wurscht hier ist nichts mehr nur da ist da auch noch einer was bist du denn vereiner bist so ein normaler scheiß gegner gell ist einer der sieht uns jetzt da muss sein scheiße markiert ja das hätte ich auch gern jetzt scheiße die kommen sich gegenseitig selbst zu nah Mist ich will den takedown aber so geht das nicht ich könnte den könnte ich natürlich mit einem schuss könnte ich den platt machen das ist scheiße so kann ich auch so kill und welcher scheiß köter bild denn da als was ist das böser das war übrigens ein kopfschuss da ist ein gegner werde ich mir holen er ist nicht hier Dich mach ich platt, du Arschloch. Das ist halt nur... Scheiße. Ja, tue ich auch. Ah, du Drecksack. Das hab ich nicht. Hahaha. Ähm. Oh nein. Komm, lass mich in Ruhe. Hab doch gesagt, lass mich in Ruhe. Ach, ekelhaft. So, den noch plündern. Können wir den Pfeil wieder aufnehmen? Ja, cool. Nee, ich werde die jetzt nicht wechseln. Mit dem haben wir doch auch... Ah, ein Schwein. Nee, können wir nicht mehr plündern. Aber hier ist doch noch einer. Hier hätte ich gerne mal einen Pfeil wieder, genau. So. Leiche plündern. Mensch. Und doch eine Kiste. Perfekt. Was brauchen wir denn für einen Pfeilköcher am besten? Ah. Ähm. Na. Wir können hier noch eine Medizinspritz machen. Aber leider nichts weiteres. Ein Pfeilköcher. Was brauchen wir denn dafür? Ein Ziegenfell. Mist. Haben wir eben verkackt. So. Was ist denn da noch? Nichts mehr. Fuck. Oh, schnell ins Wasser. Schnell ins Wasser. Fahrt, schnell, weg. Bitte. Danke. Oh. Fuck. Ähm. Ja. Natürlich übrigens. Hey. Was ist das denn? Auch wieder eine Kiste. Halb zerknüllt Zigaretten. Da hat wohl einer aufgehört mit dem Rauchen, würde ich sagen. Oh, 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 oh.